Du bist nicht lustig! War nicht witzig! Ja, will ich auch meinen. Alter, er hat so keine Chance gegen uns. Komm schon, du kleines Sackgesicht. Alter, willst du mich verarschen? So! Und? Tschüss! Mann! Ey! Jetzt komm aber mal! Ich bin ein Magikant! Mann! Oh! Scheiße, was für ein Schrei ist ausgewählt! Und ich renne hier mal mit der Bestiengestalt durch. Speichern, Bestiengestalt! 嘴! Creepy! Wah! Fuck you! Ihr lebt noch. Cicero hat natürlich Respekt vor den Fähigkeiten des Zuhörers, aber könntet ihr wenigstens ein bisschen langsamer sein? Ich bin nicht mehr der Jüngste. Laden! Vorher Heilung! Ist jetzt schon best hingestellt? Nein. Ihr seid alles, kleine, miese Bastarde! Von einem Geist kann man sich auch super ernähren. Ihr lebt noch? Cicero hat natürlich Respekt vor den Fähigkeiten des Zuhörers, aber könntet ihr wenigstens ein bisschen langsamer sein? Ich bin nicht mehr der Jüngste. So, und zack, Alter! Hab, 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 hab! Kleines Arschgesicht. Speichern! Ich glaub, wir müssen da lang. Tür ist verriegelt. Das wird euch gefallen. Kein ursprünglicher Teil der Zuflucht. Nennen wir es einen erzwungenen Anbau. Erzwungen durch was? Oho, seht es euch an! Gut, Cicero hat also diesen Hure-Austritt angegriffen! Regeneriert sich unsere Gesundheit. Nicht merklich, oder? Vielleicht, wenn wir mit Taktik vorgehen. Brrrr, kalt! Das wird euch gefallen. Kein ursprünglicher Teil der Zuflucht. Nennen wir es einen erzwungenen Anbau. Erzwungen durch was? Oho, seht es euch an! Gut, Cicero hat also diese Hure-Austritt angegriffen! Aber was soll ein Narr tun, als seine Mutter verleumdet und verspottet wird? Oh, den können wir... ...den die Zuflucht sicher nicht verstehen! ...verschrecken durch unser Sinn. Nennen, nennen, nennen! Nennen, nennen, nennen! Nennen, nennen, nennen! Nennen, nennen, nennen! Nennen, 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 nennen! Nennen, 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 nennen! Mann! Mann, Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Los! Ola! Können wir die vielleicht verschrecken? Oh Gott, da leih! Komm schon! Komm! Schneller! Oh, ne, Ola! Scheinbar müssen wir hier wirklich kurz auskurieren. Finisher! Oh, ne! So! Bitte! Es tut mir leicht! Re... Reset... Health... 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 Z! Health... Nein... Lieber nicht rum probieren. Zu machen. Können wir jetzt nicht, irgendwie... Alter, ich mag wieder Mensch werden, das gibt's doch nicht. Naja, scheinbar kann ich heute eine Weile irgendwas erzählen, naja, es ist grad Samstag, wie ich das hier aufnehme, ich lehne mich grad ein bisschen zurück, sollte ich nicht machen, aber es ist grad Samstag um... Moment kurz... Ah, wir verwandeln uns gleich, um 22.50 Uhr, ja, ich bin schon ein bisschen müde... Oh... So, jetzt können wir eins endlich wieder! Magiiie! aber wir sollten uns vielleicht vorher anziehen er vielleicht nicht schlecht weil so rumlaufen ist zwar nicht so arg aber immerhin nicht sehr gut schleichen wird verbessert so verzauberten ring anlegen amulett von sartal so und zwar was wir jetzt machen ist wir speichern einmal und jetzt wählen wir die schriftrolle Schneesturm und zwar rennen wir da jetzt rein oder wir gehen rein mit einer schriftrolle sturm-atronach speichern das war scheiße sturm-atronach speichern ich kann nicht töten was nicht was schon tot ist wer sagt denn das deine mutter ey ja der war schlecht kommen kräftigen heilung der magiker speichern und go gegenstand ist nicht ausreichend geladen finde ich aber nicht so geil waffen laden mit dem kleinen seelenstein individuell und kräftigen bin auch ich auch ich auch er bin er ich bin ich Das sind sechs, acht, sieben. Komm, kommt schon, kommt schon, Essen. Das bringt ja gar nichts mehr mittlerweile. Das hilft eigentlich nur meine kräftige Heilung. What the fuck? Wir wollen ihn topden. Alfonso, Kopflozes-monster-weirds. Komm schon. Wir sollten... Idee. Neue Stufe. Wir verbessern mal unsere Gesundheit. Haben alles voll. Und machen jetzt die Verzauberung ein bisschen besser. Was wir natürlich noch nicht können. Ich habe keine Ahnung.